moin moin meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu formel 1 2017 mit virus hallo ja servus willkommen im training henkel dran schweißen und wegschmeißen niederwertigen autos rauskommt und dann versuchen das beste rauszumachen aber die saison hat ja gerade das angefangen von daher nur gerade sagen erstens dass wie war das bei der letzten season die wir gemacht haben ayabajan weiß ich nicht was du da hattest ich glaube ich hatte ja ich wusste ich kam nicht mehr aufs wort aber muss ja noch mal reingucken weiß was ich meine ja ja ist schon ein bisschen länger her keine ahnung auf jeden fall wird diesmal nicht so prickelnd mit den scheißkarren wie mit dem ferrari ach ja so dann gucken wir erst mal das wetter training bewölkt quali fein bewölkt und rennen regen nein nicht schon wieder das hatten wir doch letzte saison schon perfekt perfekt ich will jetzt schon nicht mehr naja da sind wir dabei das ist ja dann wird es wieder lustig im regen wird wir das sehr geil können wir uns training und quali fein noch schön ausruhen ja 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 also heißt das im endeffekt schön im quali fein schön weit vorne qualifizieren haste im regen keine probleme ja so sollte das laufen herr von und zu ja dann kommt es nur noch aus persönliche versagen an ob man im regen gegen die wand fährt oder nicht dann müsstest du ja normalerweise schon schweißperlen auf der stirn haben doch ich habe schon jetzt schon puls alter wie so eine erdbeer woche okay nicht kaputt fahren und dann auch nachher am regen wird interessant gut dass das quali wenigstens trocken ist da kann man sich wenigstens gut platzieren und was man aus dem rennen draus macht ist natürlich dann wieder ein anderes pflaster naja weil das ist ja das da machst du im quali feine super figur und im rennen schmeißt du wird alles weg das ist so läuft das dann manchmal wenn man pech hat ne nach diese kurven hier die sind einfach wenn wir schon meckern möchte ich gar nicht wissen wie die das in echt also da hätte ich angst dass ich mich tot fahre ja das ist ja egal aber unserem rennwagen möchte ich nicht selber drinnen sitzen und damit 300 sachen hier umheizen da wollen wir mal gucken was man mit weißen reifen hier meine man sind ja schon echt viele auf der strecke war die grobe verkackt jetzt ja wenn man dann einmal oder so den bremspunkt dann versaut dann und angewerfen voll am zittern ich habe angst dass ich gleich irgendwo gegen fahrer oder was das ist ja nur training bis jetzt da kann sehr ruhig kommt aber ich habe doch dieser langen gerade zum 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 ziel und starten kommt aber die das der ist aber ziemlich spät die haben halt den messpunkt erst da ja ich muss aber mit dem roten frontflügel gegen kurven hier ja deswegen wird das so knapp mit der zeit oder nach da habe ich gesehen wo es lag nee das war ziemlich am teil in der kurve da ja das war dann aber nicht vor mir das war der frontflügel ist im sehr schlechtem zustand Dann hat der Virus sich zum Schloss hoch kaputt gefahren. Das sind der roten Spoiler. Geht hier schneller bei der Strecke, als man denkt. Das geht schneller, als man fliegt und sagen kann. Boxenstopp. Ich hatte gerade gut Zeit, ey. Jetzt muss ich trotzdem rein. Mua, mua, mua. Mit 60 rein. Hier könntest du auch mit 80 reinfahren. Ganz ehrlich, Alter. Die haben doch nicht mehr alle, ey. Du kannst auch mit 500 da reinfahren, so nach dem Motto. Aber machst du trotzdem nicht. Wo kommt er denn? Wo ist er denn? Da fährt er vorbei, der Lauch. Hör mal, für dich immer noch siehlauch. So ein Lauch muss ein Arsch sein. Mua, 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 mua. Oh. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Mein Handy, Jungs. Fertig jetzt? Gott. Äh. Er geht. Er geht. Er wiederholt sich. Guck an. Fährst du noch mal raus, oder wie ist das? Eigentlich. Ja, das ist ja das. Warum nicht, nicht, nicht? Eine Runde geht. Auf jeden Fall noch. Gebt mir noch mal das Tiefelchen her, ich hab was vergessen. Äh, 10 von 20, jetzt wird's voll. Ja, los, fahr raus, Abmarsch. Husch, husch. Du kannst losgehen, sobald du bereit bist. Da sind wir dabei, das ist prima. Oh, Pinky hat hinter mir das Gebäude verlassen. Guck an. Dann werden wir doch mal gucken tun, ob noch was drin ist hier. Oh, ja, für mich ist es richtig vorbei. Upsi. Ja, Karre wollte ich bremsen. Scheiß Muckelkarre da, ey. Der Virus hat's wieder geschafft. Ich komm gerade raus, ne? Ach, egal. Ich hab meine Zeit drin, oh, Leck, oh, Mio, ey. Wat ein Bullshit, ey. Ah. Gausam. So schnell geht das hier. Ja, ist ja nur ein scheiß Training. Ja, und das, ja. Aber was einmal passiert, wird auch beim nächsten Mal wahrscheinlich nochmal passieren. Das will ich nicht hören. Besonders, wenn's im Rennen regnet. Eie, 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 eie. Boah, wie der Pferd, der wird einmal besoffen beim Zugucken. Dann guck doch, weg. Hm, 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 hm. Oh, Anker schmeißen. Oh, eine perfekte Kurve. Na, hier nicht. Einmal Curb mitgenommen. Tja, Vettel, jetzt hängst du hinter dem da fest, hä? Na, man sieht auf jeden Fall, Vettel ist schneller unterwegs. Ja, sollte man wohl annehmen. Guck mal, ob man jetzt da umkriegt. Na, da raucht er sich nicht ran. Hier ist es mit dem Überholen auf der Strecke, das ist Katastrophe. Hängt direkt hinter ihm. Hinter wen denn? Komm schon, Vettel, den kriegst du jetzt? McLaren. Orange, keine Ahnung, wer das ist. Oh, dürfte entweder Alonso sein oder... oder Van Dorn. Da wird er da nicht angezeigt, von der Zeit her. Na, kommt schon, Vettel, jetzt aber. Meintest du die lange gerade, Alter, draußen liegt da nix? Jawohl, jetzt von links. Ach, die sind genau vor mir, die zwei. Kann das sein. Ja, mal ein Bottas zu gucken. Ja, und der Bottas ist jetzt auch zum Überholen an, oder schafft das nicht? Boah. Der hat der Bott ganz leicht nach links rüber gezogen, wieder rechts rüber. So musste Bottas abbrechen, konnte nicht überholen. Ey, warte, eine Sauerei vor dem Bottas. Da sieht man es mal, dass da irgendwie ein Problem an mir Fehler drin ist, oder so was. Echt krass, das Fehler. Kann das sein, dass du dahinter bist? Ja, ich hänge irgendwie hinter so zwei. Boxenstopp. Hast du ein Silberpfeil vor dir? Weiß ich nicht, ich bin noch nicht so nah dran, aber ich glaube, ich habe was Rotes vor mir. Dann bist du das nicht, dann ist das dein Teamkollege. Nee, dann bin ich das, weil mein Teamkollege ist noch in der Box. Ich bin auch noch nicht nah dran, um zu gucken, was das für ein Auto ist. Vorne hast du einen blauen und dahinter hängt ein Silberpfeil. Und dann kommt da so ein blauer mit blau, also blau und rot, Toro Rosso. Ja, ja, ich habe Bottas vor mir und Eriks. Ja, guck. Das gucke ich mir doch mal jetzt an. Mann, die schleichen ja hier lang. Bottas, wenn du jetzt... Ich wollte schon... Bottas, du kleine Mistbürke, du edendiger Muschikop. Was war das denn? Das hast du verdient. Du musst dich auch immer da durchzwängen. Das ist dein eigenes Ding. Wieso? Ich habe rechts überholt, ganz normal. Da war genug Platz. So, und zum Dingenshoch, zum Schlosshoch, fährt er mir einfach in die Seite rein. Was für ein Trottel? Ja, wo ist das in dem Rennen normal? Ja, schieb ihn noch an. Geh, geh, geh. Der haut dich auf der Strecke, der Kamelo, ey. Hat er verdient. Rache ist Blutwurst. Im Training darf man das noch. Ja, ich weiß, Jeff. Mein Frontflügel ist put. Bäh. Armer Bottas. Eyelining mit dir. Aber der verdient. Der hat mich auch weggehauen. Verdient ist verdient. Ja. Ich musste dem Eriksen ja mit seiner schwachen Karre ein bisschen unter die Arme helfen. Oh, Bottas muss... Ja, gut, okay. Wenn Daniel fährt wie eine Brechstange, dann ist er kein Wunder. Sonst normalerweise nicht? Das ist eine Einsicht des Guten. Wo hast du denn deinen Teamkollegen? Ich glaube, der ist noch gar nicht rausgefahren, ne? Ach, ich muss aber auch zugucken. Fährt ist noch gar nicht draußen? Massa? Massa fährt. Quaid ist auch noch nicht draußen. Ja. Quert fährt meistens immer erst zum Schluss. Fährste fähr, quiesste mehr. So, jetzt fährt er raus. Sein Teamkollege fährt jetzt raus. Jo, jetzt so eine Strecke wieder voll wird. Ja, 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 ja. Ja, dann gucken wir doch mal schnell noch auf die Zeiten und dann soll es auch gewesen sein. Guckst du, guckst du weiter. Der Rest ist eigentlich relativ egal. Ist ja nur Training. Ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns in Qualify wieder. Hauptsderei. Tschö. Ciao mit V. Tschö. Auch. Musik. looks. Musik. 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 Vielen Dank.